Musik Aber in welche Richtung baut ihr? Da wo die Sonne ist, links davon Links davon? Warte, ich glaube ich weiß bei welchem Haus du bist Du hast gesagt, du stehst auf dem Stein, auf dem Hügel Ja, ich trau mich hier gerade in das Haus Du traust dich gerade in das Haus? Warte, warte, warte Vielleicht komme ich da gerade Nein Ich trau mich doch nicht, ich habe mich anders entschieden Warte Ich habe ja ein kleines Haus Krass Wo ich jetzt bin Bist du im Wald? Nee Also was heißt für dich Wald? Das sind halt vereinzelt Bäume Vereinzelt Und wo stehst du gerade? In der Wiese Wiese Beim Haus Ja Warte Lauf mal zur Küste Ja Laufst du? Ja Ich sehe bis jetzt nichts Du bist doch direkt an der Küste Scho Na? Scho Jetzt Orientieren wir uns doch an diesem Hügel mit den zwei Bäumen drauf Welche zwei Bäume? Ich sehe den jetzt nicht mehr Ich habe mich gerade erschrocken Kommt bei dir auch gerade das Geräusch Was für ein Geräusch So ein Nein Mach mir keine Angst Ach ne ich wollte gerade sagen ich habe was gesehen Ich bräuchte mal so langsam essen Warte mal also du siehst das riesen Gebirge Äh das siehst du Das ganz hohe Ja Ja Und wenn du hinter dich guckst ist Wasser Ja So Rechts oder links von dir ein Berg? Äh Äh Rechts und rechts ist auch die Sonne Rechts ist ein Berg und rechts ist die Sonne Ja Okay warte Lauf da mal hin Zu dem Berg Okay ich bin unterwegs Und lauf den Berg hoch Was? Wie soll das denn gehen? So ein riesig gebirgiger Berg Ja also halt auch nicht so wie der Ganz riesig ist und halt auch so zersplittert Jaja Warte nochmal Geräuschprobe hast du deinen Ton an? Ja Okay warte dann hör mal kurz Warte Warte Hörst du den Schuss? Warte Ja sag wann ich kann Äh ich mach mal Headset auf laut Mach mal Hast du gehört? Nö Pistolenschuss Mh mh Hab gar nichts gehört Egal lauf den Berg trotzdem hoch Okay Aber Bist du jetzt mal Siehst du den 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 Hügel mit den zwei Bäumen Nein noch nicht Ich bin gerade Ich bin gerade beim Aufstieg Ich seh den nicht Der ist nämlich zur Sonne hin Und ich lauf gerade Den Berg hoch Der zwischen mir und Sonne steht Der ist zur Sonne hin Zur Sonne Dann bist du ja irgendwo da hinten Autsch Wenn dieser Hügel Mit den zwei Bäumen zur Sonne ist Dann Oh Gott dann bist du ja irgendwo ganz anders Ich seh's ja nicht Wo der ist Wo ist der denn bei dir? Links Ja von der Sonne aus gesehen Ja links Zur Sonne Links Alter ich muss da hoch Oh ich bin verletzt Ich hab immer noch 100 Leben Hey ich hab 88 Oh ich komm den scheiß Berg nicht hoch So jetzt Ich wette mit dir Dass du da hinten bist Geil alter Da ist die Steigung Sicherlich 70 Grad Und ich kann da trotzdem hoch latschen Ich hab noch 1000 Hunger 1000 Food Das ist das gleiche Ich hab's auf deutsch gesagt Okay warte ich bin jetzt Auf dem Berg Aber noch nicht ganz Hast du dir gemerkt Wo es Sonne aufging Ja ja So Welcher Berg hat jetzt Zwei Bäume Warte ich sehe ne Stadt Ich sehe ne Stadt Ne Stadt Und was siehst du in der Stadt Warte ich steig grad nen riesen Hügel hoch Aber ich seh ne Stadt Und die ist wahrscheinlich radioaktiv Die sind alle radioaktiv Warte was ist das da hinten Sir da ist ne Kiste Urkras Wo Shotgun shells Ich hab ne Stone hatchet Ja ich hatchet ja Ich hab dir auch einige gemacht Die kann ich jetzt wegwerfen oder Ich weiß nicht Ne chocolate bar Kann ich die essen Ja Ich seh kein Baum Ich hab ne P250 LOL Was Ja ok ich auch Und eine Munde Und ne 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 900 mm Also eine Eine ich hab ich hab 6 im Lauf Und 12 übrig noch Egal ich werfe jetzt erstmal deine Stone hatchet weg Ok warte Wo bist du jetzt Warst du grad bei so nem Kontor Oder bei ner Stadt Bei nem Kontor Was ist denn das So Ein rundes Mit so nem runden Dach Oben drauf Ähm Kann ich dir Ich seh ne Straße Ne Straße Gut dann geht zur Straße Juhu was ist das für Alter Was Was ist das für eine Ne P250 Die hatte sogar Licht drin Was Jetzt sogar Das ist dieses Rot Dingsbums Der Pointer Lol die hat ein Rotpunkt Visier Ja Alter Ok warte Geh zur Straße Jetzt pass auf Ich seh bei den Gebäuden So ein Es sieht aus wie ein Kamin Steht da mittendrin Was Ja es ist Es sieht so ein bisschen aus wie ein Kamin Lauf einfach mal die Straße entlang Was Was bringt mir eigentlich die Stone hatchet Da kann ich glaub Holz schneller abbauen oder Ja Ja und Steine Und du kriegst auch mehr raus Und die geht nicht kaputt glaubt Gell Ne der geht nichts kaputt Hier nicht runterfallen Lauf die Straße entlang Ich hab noch 65 Leben Ich wiege mich in sicherer Entfernung zur Straße Dass mich auch Kein scheiß Wichsspieler entdeckt Jetzt pass auf Pass auf Pass auf Pass auf Hast mich schon gesehen oder was Ne ich seh da hinten Nommelngebäude Und es sieht aber aus wie ein Haus Also von Spielern errichtet Und Wenn du das siehst Wo soll das sein Das würde von Das wäre in der Nähe von diesem Dach Oder was es ist So ein Haus an der Straße Ähm Ich bin